Zum Einstimmen für Elden Ring. Gibt es nämlich eine neue Mod, die angekündigt wurde. Da sollst du doppelt drauf reagieren. Was für eine Mod? Grayspawn heißt die. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Sehr gut. Schickst dir, wo willst du es haben? Steam. Grayspawn? Kann ich aber selber reingeben. Grayspawn. Alpha Release Trailer auf YouTube. Ja, habe ich jetzt zwölf Tage alt. Okay, was ist das? Ist das für Elden Ring? Ja. Eine Mod? Achso, PC gibt es ja auch für den PC. Warte, ich mache groß hier. Hä, das ist doch der aus Bloodborne. Hä, das ist die Anfangssequenz von Bloodborne. Was ist das? Was ist das? Ah, die Mod-Macht aus Elden Ring Bloodborne? Oha. Wie crazy ist das denn? Alter, wie aufwendig ist das denn bitte? Wie wollen... Das ist aber echt mal krass. Das muss ja unfassbar viel Arbeit gewesen sein. Ich frage mich, ob das wirklich klappt. Kann das funktionieren? Es gibt doch viel weniger Waffen und Rüstungen und alles weniger in... 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 in Bloodborne. what is it you want from this horrific nightmare? von Alpha. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man das schon spielen? Oder kommt das erst noch? Kann man schon? Nee, die Alpha kann man schon spielen. Alpha kann man schon spielen. Ja, werden wir uns auf jeden Fall mal angucken. Respekt, wirklich. Also, ja. Mal gucken, wie es sich dann auch spielt. Aber es sieht auf jeden Fall derbe aus. Kann man nichts anderes sagen. Guter Tipp, Chad. Dankeschön. Bumper.